Ich war neulich im Stream unterwegs, um die ganzen Diamantrotiersche auf meine Karte zu schießen, als das hier passiert. Alter, das glaub ich jetzt nicht! Das Neuner im Gescheck? Was ist denn hier passiert? Mit sowas rechnet man natürlich nicht und dafür liebe ich das Spiel einfach. Ich hab mich rangepirscht und mit der neuen 7mm angelegt. Yes, der hat gepasst! Jetzt blieb nur noch für mich zu hoffen, dass es ein Dia ist, auch wenn er nur bis 253 hochgeht. Aber es ist einer. Ich weiß gerade einfach nicht mehr, was ich sagen soll.